Ne, Natururin schon wieder dran. Äh, ich bin schon wieder am Bier trinken. Falls ihr euch fragt, warum ich in der letzten Zeit hier so eine beschissenen, drecksblauen Flecke habe, das liegt daran, dass ich in der letzten Zeit ganz oft diese Trick mache. I'm hanging. Äh, Klutschfleck heißt das, oder oder Elbofleck, oder keine Ahnung. Und, ähm, und weil ich das mache, dann, dann drückt das volle Kanne gegen meinen Scheißarm, diese beschissene Stange, wenn ich hier, ähm, äh, mich so dran hänge. So, ähm, jetzt, ähm, jetzt kommen wir zum, zum Thema. Äh, Tag Nummer 5 von der, von der, 10-Tages-Wanderung. An dem Tag bin ich diese Strecke gelaufen. Das war auch Harzer Hexenstieg vom Bärenburger Teich über Altenau, äh, bis nach, ähm, Urka-Stausee. Laut Aufzeichnung haben wir 22,1 km gemacht. Äh, das war der zweite Sechste gewesen, und, ähm, wie im vorigen Video erzählt, hatte ich am zweiten Sechsten meinen 27. Geburtstag gefeiert. So, jetzt, ähm, hier, Videostart kommt. Ne, wir machen Scheißwasser auf diesen Scheißsee. Äh, suchen. Zum, zum Saufen, weil da vielleicht ganz viele Tiere Urin rein gemacht haben. Höhö, Höhö. Höhö, das fähig war ich die Flasche hier für uns wohl. Äh, ähm, zweiter Tag gestärte. Höhö, 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 höhö. Höhö, höhö. Die Russen sind weg. Wir müssen Stark machen. Höhö. Wir können Stark machen. Höhö, höhö. Die Russen sind weg. Höhö, Höhö. Höhö, höhö. Höhö. Vier. Wie viel haben wir? Vier und halb ne? Ja. Haben wir im Kreis gelaufen. Vier und halb scheiß KM. Jetzt weiterzugelaufen. Ne. Wie ist es im Kreis gelaufen? Jetzt sind wir schon wieder an so einen See. Jetzt erst mal Bier trinken. Und gleich weiterlaufen. Jetzt weiterzugelaufen. Ne. Wir laufen runter. Jetzt weil wir gerade hochgelaufen sind. Laufen wir jetzt runter. 8,5 Scheiß KM. Ne. Schuh gefunden. Schuh. Jetzt weiter hochgelaufen. Hier. Aus diesem Scheißfluss haben wir gerade Wasser aufgefüllt. Und wir machen Bier kalt. Und in diesem Scheißwasser haben bestimmt ganz viele Hirschurin reingemacht. Gerade am Bier trinken. Dieses gekühlte. Geprost. Ausfluss. Ja. Von Fluss. Von hier. Von diesem Fluss. Wo vielleicht hier Hirschurin reingemacht haben. Da haben wir das gekühlt. Und jetzt haben wir das aufgemacht. Das ist voll schön kalt. Ne. Guck mal was ich gefunden hab. Der hat bestimmt hier. Wie heißt das nochmal. Ganz viel Ausscheidung gefressen. Guckt euch das an. Wie das runter pinkelt. Wie so ein Scheißpferd. Scheiße. Arschloch hat Rad verloren. Rad verloren. Voll Scheiße. Dieser Arschloch muss dieser Scheißreifen heile machen. Von Scheißtasche. Ne. Äh. Seh gefunden. Seh gefunden. Mit Fluss sogar. Ne. Schon wieder so ein voll Fettberg hochlaufen. Das ist voll anstrengend. Mit diesem Scheißgepäck. Ne. Das sind natürlich meine Bäume. Die müssen noch alle uriniert werden. Musst du mehr piekkeln. Musst du noch mehr Bäume an piekkeln. Ne. Wir haben hier einen Arschlochweg runtergelaufen. Und jetzt müssen wir noch den Rest hochlaufen. Mit unseren Scheißbeinen. Wir haben jetzt ganz viel hochgelaufen. Und jetzt laufen wir die ganze Zeit runter. Wir haben hier Oker gefunden. Das ist hier Oker. Scheiße. Voll cool Blick. Ne. Ähm. Hier. Wir sind gerade hier am rumchillen. Hier bei diesem Scheißbach. Und trinken jetzt noch ein Bier. Bevor es dunkel kommt. Und ähm. Wir haben das Scheißzelt aufgebaut. Und ähm. Morgen geht es dann direkt weiter. Morgen weiterlaufen. Wir haben heute 22 Scheißkeimen gemacht. Hier. Das ist Scheißfeuer. Und das hier. Das ist äh. Dieser Scheißzelt. Äh. Den wir zum Pennen benutzen. Und das hier. Das hier fräsen wir gleich. Und hier hab ich doch drei Scheißkerzen. David am Wurst fräsen. Mit Scheißketchup. Gute Ketchup. Boah. Ich hab Scheiße gebaut. Voll cool. Bisschen Scheißfeuer machen. Und zu gefräsen. Und jetzt noch mehr ein bisschen fräsen. Und dann Scheißkerzen anlaufen. Und dann gleich bald schlafen. Und dann morgen schon wieder so viel hier mit Beinen machen. Äh. Laufen. Ne. Das war Tag Nummer 5 gewesen. Beim nächsten Mal mache ich Video ähm. Mit äh. Tag Nummer 6 fertig. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer beschissener Natururin. Bis zum nächsten Mal. P depths, bis zum nächsten Mal. Tschüss. gainfre river Eli. Tschüss. 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 Au delicate matters. Tschüss. Vielen Dank für's Zuschauen.